Hi, ich bin Sebastian von Flight13 und ich habe heute eine Platte dabei, die nicht mehr ganz, ganz neu ist, aber dafür ganz fantastisch. Loyal Karner mit Hugo, sein drittes Album. Irgendwo zwischen Soul- und Jazzigen Arrangements, fantastischer UK-Hip-Hop drüber mit richtig schönen Texten. Geht um Mixed Racial Identity, um seine schwierige Beziehung zum Vater, die er dann irgendwie während Corona wiederentdeckt hat. Es ist ganz berührend, es ist ganz fantastisch und wenn ihr euch noch was ganz Gutes tun wollt, dann schaut euch seine Live-Session mit dem WDR Funkhausorchester an. Da performen sie ein Lied von dieser Platte, ganz, ganz groß. Loyal Karner mit Hugo.